Darin, let's play Den kann man nicht mehr helfen, ey Guck mal, die Röhre passt zu deiner Hose, ne? Die saulila Ah, er wird hier gleich gewalttätig Ja, so ein Scheiß, der blistert So, Butterbridge, die Butterbrücke, das hört sich nicht gut an, ey Ach, scheiße, ich hasse solche Level Hm, was mache ich hier? Ach, so kack ist das Ha! Ja, natürlich bewegt sich da drunter Ich muss dem Vieh auf den Kopf springen Ja, mach das mal, du hast Zeitdruck, da musst du doch richtig springen Ja, ey Das sind jetzt schon die Profi-Level Wer fasst da Ja, ja Mann Was ist du denn? Das wird irritiert Was irritiert denn da? Scheiß Mikrofon Oh, diesmal hat er es überstanden Ja, genau das hätte ich auch gerade machen müssen Oh, 40 Nicht schlecht War halt nicht irgendwie so beeindruckt Wo hinter der Ziellinie auch ein Geheimnis ist Habe ich in Erinnerung? Keine Ahnung Kann aber sein Oh, er ist beim dritten Palast Ich bin gleich beim vierten Na, komm einfach mein Dann bin ich sofort Wenn ich das geschafft habe Hier glaube ich Aber, ja Ich bin nicht groß Das ist natürlich scheiße Komm, wenn der von der lange Nase hat Hast du dir? Hallo Höpsa Solche Level hasse ich Da muss der Punkt genau springen Sonst gehst du im Arsch Stimmt klar Wäre sicher Wieso ist der nicht hochgesprungen? Ey, ich werde dir mit dem Level noch festsitzen, ey Alter Ja, ja, hör du mal auf zu lachen Jetzt macht er erstmal dein Palast Du hast Angst vor Geister Ach, guck mal, Zauberer An das Level erinnere ich mich schon Hä? An das Level erinnere ich mich schon gar nicht mehr Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Ja, ich habe so eine Idee Was denn? Da Ich glaube, von unten kann da ein Zauberer kommen Ich glaube, der muss dann einfach da hochschießen Dann geht er kaputt Ja, genau Ja, ja Oh, er ist langsam hier am Limit Schon überfordert Aber noch schlägt er sich Ich weiß nicht Ja, ich weiß nicht, ob man in dem Wasser schwimmen kann Dann sieht sie so komisch aus Ey, verpiss dich, du Bastard Was der immer die Knöpfe wegwerfen muss Ich weiß gar nicht, wie ich das Toll, da hättest du dann bestimmt voll den geilen Geheimgang gehabt Ganz vergessen, ey Muss ich das gleich wieder machen Was? Ja, du bist in die blinkenden Zeichen gesprungen Ja, macht er doch Ja, ist das eine blinkende Geometrie Ja, sind da keine Zeichen? Nö Oh nooo Was soll ich denn sagen? Ich bin ja auch in den Scheißlevel gefangen Weil ich das nicht schaffe Ich geh einfach... Dann bringt dir nichts in den Ballast Ja, aber dann halt, dass ich groß bin Hä? Hä? Da gibt's einen Pilz Da gibt's Fäder Langweilig Da gibt's ne Blume Wieso macht der das nicht? Ey Muss ich springen gedrückt halten? Yes Boah Ich fresse Ja, mal gucken Tja, jetzt bist du K.O. Alle, noch nicht Schade, hätte er mal gerade geschossen Ja Ja, der will nicht, dass du nach unten gehst Ja, der will nicht, dass du nach unten gehst Da, wenn du dir das richtig machst, kannst du den Geheimgang benutzen Guck, den kann man nur immer zu töten, ey Ja Wie hast du ja gesehen, normalerweise sterben die, wenn man da drunter springt Ey, der P Der P Der P Knopf Ja Fangen Jawohl 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 Fangen Jawohl Verfickte Dreckssex, ey Hallo, wer sagt denn, dass er eine Frau ist? Ich Schon wieder die Geiche Ey, ich hab keinen Bock noch auf das Level, ey Ja Ich hab keinen Spaß Ja Ich hab keinen Spaß Mit Das ist ein Wie leicht eine Yoshi Münze Hall nos Wegen der scheiß Münze, ich hole gar nichts mehr Ich mach das jetzt einfach fertig da Ey wie lange ich da auf der Brücke rumgammel Toll dreimal ich bin schon länger auf der brücke wie du im schloss Aber was Seid ihr werdet geht hier dein level ist ein kinder scheiß gegen die hier gegen das hier Ja, dann macht doch mal bis dahin habe ich dann aber schon geschafft Wenn wir auch was auf jetzt schaffe ich das wenn ich dann alles Ja Das ist schon mal Diesmal hole ich nicht die kacken münze Ja fall runter Aber ist denn da oben Was ist denn da oben, was ist denn da? Oh guck mal ich kann den Popo gucken Habt ihr gesagt ich schaff das level, oh es wird schneller Ja da muss man schon meist dafür sein für das level Aber ja Ey, hab's ja geschafft Kannst du nix gegen sagen Nein, 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 hör auf Boah ich dachte der macht jetzt unendlich weiter Oh Schade aber auch Toll ich bin groß Das bringt mir auch was in den level, wenn man hier so oft stirbt wegen Ha Wenn man hier so oft stirbt wegen gegnereinflüsse Ha, boah, boah Weil da hab ich ge- ey, ich glaub da war noch was Scheiße Ha Ich glaub der Level muss ich nochmal machen, dahinter war was, hast du das gesehen? Da war noch was grünes, ich glaub ein Knopf Das war ein bisschen schwer Ah Ja, ja, ja Och, ne, das geht noch weiter Es ist wieder Pussy in Aktion, ey Ha Ha Ich brauch Joshi, Joshi brauchst du gar nicht holen, das bringt dir ja nix Doch im anderen die schlau ist wohl zuerst die linken und dann die richten richtig als ob die fliegt was den level bringt das ist mein stern mache ich zum schluss weil er so cool aussieht dann ist das sahnehäubchen ich sehe alles ich könnte ja diese vorrichtung anders fixieren dann siehst du mehr aber ne das wäre so viel arbeit für mich wo ist das schon gut jetzt hier nicht den knopf wieder vergessen der kriegt hat nicht gebacken muss ja schwer sein so ein knopf und p da rein mitzunehmen und zu drücken hätte ich fast wieder vorher mal erwischt ich würde sagen wenn du das level geschafft das ist erstmal ende ja ja wenn ich dann dort eben noch so lange bis es geschafft hast also stauert noch ein bisschen alter wir sind gerade mal hier im dritten boss machte und das ist schon der schlau wegen der hexe ach guck mal meine lieblingsviecher sind hier alle wie geht es wie stets an dieser scheiß botte ich will meine haare fliege und die fressen hallo ich später glatt sagen weiß ich warum wurde vom botten gefressen da brauche ich auch den geheimgang gibt ich glaube nicht hallo dass wir gleich jetzt machen wir sogar schon die wollen mich doch verkackern ja die spacken viecher ja natürlich das sind widerliche drecksviecher kicken hier mit schildkröten oben was hat denn für einer so was war soweit irgendwo muss ein geheimgang jawohl mein gott geheimgang ist das ha ha ich hab ein leben bekommen weil ich so viele münzen ach scheiß die kacke man ey jetzt da wir hier nicht sterben kurz vorm level schluss schon wieder am ruckeln ist natürlich grandios jetzt hier am ende ach dann ist nur irgendwie eine bestimmte position wo das so am länge ist ich weiß auch nicht warum kommt hier noch so ein blinkender damit ich groß werde das ist doch immer dein schweiß hin oder abwisch der ist noch drangeblieben ich bin ganz relaxed ludwigs ich bin bei ludwig im haus und die gleiche leier pass auf wie schafft palast 4 bevor der palast 3 schafft das ist ein armutszeugnis das level ist so schwer ich krieg das nicht hin ist der doof ey jetzt kriegt er keine fehler muss er nochmal machen da hat er extra gemacht weil er bestimmt die zwei leben haben will das leben vergessen bist du sicher du hast weniger wie ich es geht ja nicht an hier ich würde nochmal zurücklaufen ich schaffe dann machen wir andere level ich hätte andere nein verpisst dich dann mach du das hör mal der wahre meister der wächst an seinen herausforderungen aber du willst sie einfach nur umgehen herausforderung ne kein bock kann der machen kenn ich nicht macht er auf der arbeit auch wenn da irgendwas schweres ist verpisst er sich für ein paar stunden aufs klo oh scheiße vielleicht kriegt er ja jetzt den geheimgang gebacken ist ja erst versuch weiß ich nicht 20 ohja alter dein verficktes mikrofon ne was ist denn da mit ich finde das gut das war teuer er hat schon mal den knopf mein gott dass ich dann noch erlebe wollen sie hier los jetzt geschafft und er kriegt ein blick alter da waren wir doch warst du doch schon oder ja diesmal hast du aber zumindest den checkpoint erwischt ja er macht es wieder wie gerade ey wie soll das denn gehen ja also was hans lernt äh nicht lernt lernt hänzchen nimmerlein oder ne andersrum ludwigs castle nicht takeshis ludwigs pass auf hallo darf ich hier mal rein ich muss die luigi zeigen wie das geht ja machen sie mal auf danke so luigi jetzt guck mal zu guck mal wie böse das hier aussieht guck mal wie ah mumienköpfe ich bin verwirrt was sollte das dann habe ich extra gemacht damit du eine chance kriegst dein scheiß level zu machen komm der ludwig der hat doch nix drauf hier der lemmy lemmy's ghost house oder lemmy's castle dann ist eigentlich welches andere denn machen aber bist du denn auch noch nein dann ist das weg echt ja ich schaffe nicht ist auch so schwer ja ja genau das ist der trick warum sagst du das nicht vorher weil du das selbst ausfinden sollst du bist luigi ja jetzt kannst du da rüberspringen ja ich weiß nicht ob das ja wenn man die wahl hat zwischen zerquetschen und der lama fällt würde ich auch ne lama springen natürlich so das wird sich jetzt entscheiden wer von uns schneller mit dem palast fertig ist und derjenige der zuerst geschafft hat der beendet dann auch die erste aufnahme session also ich könnte jetzt abstimmen wer wird es schaffen Mario also ich oder luigi der dahinten mit seinen aggressions problem ach 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 wenn ich halt fast die mütze weg gesendet ja da zieht schon mal ja und oder off alter in dem level ist alles klettern schwimmen schwimmen noch nicht aber ich immer hier lang naja gut aus dein level ist scheißdreck gegensatz zu den hier ein level ist für was weiß ich für langweiler ich muss ja guck mal aber bist du von den joystic außerdem ist doch gar nicht gesagt hat ich den besieger ja der macht ach schei er toll ich dachte der macht das unendlich ein hau ab du fettet ist natürlich grandios wenn er da seinen sprung macht und ich den nicht einmal getroffen ich habe zwar keine keine leben mehr also ich bin hier mit einschlag weg aber er ist ein arschviech ne und da kommt er angesaußt so zweimal ich glaube einmal noch dann ist ende ist normal normalerweise so zumindest die zeit wird auch eng tja hätte mal sehen soll wie er hier gefiebert und dann ich kaputt gehe so jetzt ja jetzt jetzt aber ich habe es geschafft und damit ist die erste Session vorbei und dann jetzt hör doch mal auf für mich zu piksen ey guck mal ich habe eine rakete aus dem schloss gebaut ich bin raketenwissenschaftler guck mal jetzt hat er ein pflaster ludwig wurde besiegt nur noch lenny oder wie der andere typ heißt denn sein palast ist übrig und das werden wir dann in der nächsten Aufnahmesession zu sehen kriegen muss sie nicht da guck mal da unten ist noch ein geheimgang da kann man auch noch irgendwer da muss ich dann nochmal suchen ach ich erinnere mich an den wald so das war es dann wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder die dann übermorgen oder so ok er versucht es noch einmal aber er will jetzt zeigen dass er ein mann ist aber ja das ergebnis kennen wir schon und er selbst auch wenn ich mir sein gesicht so angucke seine visage das wird nix ok wir gehen in die verlängerung zumindest versucht er in die verlängerung zu gehen wäre schon wieder fast hier der ist ja mittlerweile schon der meister in lava schwimmen naja und was ich bin gesprungen ja das wars dann das wars dann wirklich ey oh das mikro hier nicht oben so er hat schlechte laune und interessiert uns nicht das wars wir sehen uns immer morgen wieder bis denne tschüss boh aber bow her repet Untertitelung des ZDF, 2020